Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World, hier heute wieder aus dem Klemmbaustein TV Studio. Diesmal habe ich euch ein Set der Firma Modbricks rausgesucht und zwar das 18269007. Das hat nichts mit James Bond zu tun, wie man vielleicht im ersten Moment bei der Nummer denken könnte. Nee, es ist ein Gebäude. Allerdings nicht so ein 0815 Modular Gebäude, irgendwie das 27. Café. Nö, es ist ein Wohnhaus. Allerdings durchaus ein schon recht besonderes und zwar geht das zurück auf die Idee von dem Designer Alessandro Mafioli und da hat dann Modbricks Kontakt mit aufgenommen, ob sie sein Design auflegen können und die sind sich dann auch einig geworden und daraufhin hat der Florian, das ist ja quasi der Haus- und Hof-Designer von Modbricks, sich der ganzen Sache angenommen und deswegen steht er als Designer hier vorne drauf und wenn ihr euch das hier anschaut, ja, Designed in Germany ist das schon fast ein bisschen makaber, weil große Teile von Deutschland sahen um 45 so ähnlich aus. Also Paderborn zum Beispiel, meine Heimatstadt, die war ziemlich platt inklusive auch zum Teil der Gebäude, wo meine Familie drin gewohnt hat. Ja, also von daher ein wirklich typisch deutsches Design möchte ich mal sagen. Es ist allerdings auch ein Design, wo glaube ich viele drauf gewartet haben, dass es sowas endlich mal gibt. Klar kann man das auch selber bauen, wenn man so ein Diorama baut, aber so braucht man sich den Kopf vielleicht nicht so machen und hat hier eine fertige Ruine, um zum Beispiel hier mit seinen Kobi-Modellen zusammen ein schönes Diorama zu bauen und da ist das hier ein schönes kleines Set. 624 Teile, kostet so round about 20 Euro momentan. Ist allerdings schon recht abverkauft auf dem deutschen Markt, aber ich denke, es wird nachkommen und ich denke mal auch, da wird noch anderes in der Richtung in der nächsten Zeit auf dem Markt aufschlagen, weil es eine coole Idee ist. Es ist ja auch relativ multifunktional. Man kann klar hier, ich sag mal, das für einen Kriegs-Diorama nehmen, aber man kann natürlich auch mit ein bisschen Modifikation da ein brennendes Haus raus machen, wo die Feuerwehr irgendwas bei macht. Man kann das für eine Zombie-Apokalypse nehmen, was ich ja zum Beispiel bei meiner Eisenbahnlandschaft gut brauchen kann, oder man kann es nehmen, wenn man ein Diorama mit den Terminator-Sets von Megakonstrucks nachbauen möchte. Also da haben wir wirklich verschiedenste Möglichkeiten, um dieses Gebäude hier zu benutzen. Außerdem ist es auch noch ein schöner Teilespender, denke ich mal. Wir schauen mal, wie die Qualität der Steine bei Modbricks ist. Die ist ja immer so, ich will mal sagen, durchwachsen. Man hat teilweise richtig gute Steine dabei, dann mal wieder welche, die sind nicht so gut von der Qualität. Manche sehen aus, als wenn sie schon 6, 7, 8 Jahre in der Spielekiste unterwegs gewesen wären. Manche sehen funkelnagelneu aus. Wir lassen uns jetzt mal überraschen, wie es hier ist. Ich suche mal gerade nach einem Messer. Ups, schlecht vorbereitet. Bin nicht hier rausgelegt, aber hier haben wir eins. Dankenswerterweise ist ja hier immer einfach nur zum Aufschneiden mit Tesafilm Klebstreifen das Ganze zu. Hier gucken wir uns nochmal die Rückseite an. Da sieht man halt, dass das Haus von hinten eine hohle Frucht ist. Und man sieht, es ist auch eine Minifigur dabei. Die sieht mir auf den ersten Blick ein bisschen aus wie eine Kogo-Figur. Die werden wir uns gleich mal aus der Nähe anschauen. So, dann gucken wir mal, was wir hier drin finden. Einfache Pappschachtel. Ja, ich würde mal sagen, so zwei Drittel, etwas über die Hälfte gefüllt. Das ist in Ordnung vom Größen-Steine-Verhältnis. Ist zu eng gepackt, verkratzt halt alles noch mehr. Dann haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Tüten mit Baustein. Hier ist die Minifigur drin. Zwei, da ist uns 18er. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, sechzehner. Zwei 16er, 16er Plates. Die kann man auch immer brauchen. Einen Tray mit hier eine Menge Waffen drin. Da könnt ihr euch dann raussuchen, was ihr hier haben möchtet. Gucken wir uns gleich aus der Nähe noch mal genauer an. Und wir haben hier eine Bauanleitung, die im Endeffekt das noch mal zeigt, was wir auf der Verpackung auch drauf hatten. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns die jetzt mal innen an, wie sie gestaltet ist und wie es sich danach bauen lässt. Verteilen hier unsere Tütchen auf unsere Tellerchen und beginnen einfach mal mit dem Bau. Da liegen sie alle auf den Tellerchen hier, unsere Tüten. Ich habe sie hier mal so ein bisschen umverteilt. Sind eigentlich grob gesehen immer zwei Tüten auf einem Teller, außer hier mit den größeren Teilen. Unsere beiden Plates. Die sind nicht 100% gerade, aber sei es drum. Ich finde trotzdem gut, dass sie dabei sind. Ist nämlich eine schöne Größe. Zur Not kann man sie mal irgendwo drunter legen, dass sie wirklich gerade werden. Kann man anderweitig dann gut gebrauchen. Was auch schön ist hier, das Grün hier auf der Verpackung sah gar nicht so schön aus. Aber es ist hier dieses Sand Green. Das mag ich eigentlich sehr gern. Die Farben sind halt kompatibel, grob mit denen, die wir aus Dänemark kennen. Die Steine an sich machen einen soweit ordentlichen Eindruck. Hier sieht man schon mal, dass wir ein paar Farbabweichungen durchaus mit drin haben. Ist jetzt aber, würde ich mal sagen, bei so einem Set nicht so schlimm. Da darf das ruhig gammelig aussehen. Das passt ja doch durchaus ins Setting. Hier haben wir es jetzt halt mit Einschusslöchern hier durch diese Technikbricks hier gelöst. Ist natürlich für einen Kriegsdiorama super. Wollt ihr es allerdings hier für ein Zombie haben oder für ein abgebranntes Haus, kann man das natürlich auch problemlos aus dem eigenen Teilefundus noch ein bisschen modifizieren. Da ist das Set hier sowieso super für. Es ist eine tolle Grundlage für alle Ideen, die ihr so in dieser Richtung habt. Da kann man halt jede Menge raus machen. Man kann, wenn man da zwei von nimmt, die aneinander bauen, hat man genug Steine, um ein schönes Spukhaus zu bauen. So gibt es halt eine schöne Fassade, so eine Ruinenfassade. Man kann natürlich innen drin, wie schon gesagt, das ist eine hohle Frucht innen. Aber da kann man natürlich auch noch ein bisschen Mobiliar reinpacken oder wie auch immer, wo einem da so nach ist. Also es ist einfach eine super Grundlage. Und für den Preis hier mit roundabout 20 Euro ist das meiner Meinung nach auch wirklich ein Preis-Leistungs-Verhältnis, wo man über das eine oder andere wegsehen kann. Wobei ich bis jetzt noch nicht beurteilen kann, ob wir das eine oder andere dabei haben, wo man drüber wegsehen müsste. Das wird sich noch zeigen. Die Minifigur haben wir hier momentan noch zerlegt liegen. Die baue ich jetzt gleich mal zusammen. Dann haben wir hier das Waffentray. Also da haben wir, ich sag mal, von relativ oldschool bis sehr modern alles mit dabei. Wobei also so ein richtiges WK2-Gewehr eigentlich eher nicht. Also hier passt die Optik nicht so hundertprozentig, würde ich jetzt mal sagen, um es als K98 oder so durchgehen zu lassen. Ja, ist ja wurscht. Ich meine, Waffentray kann man immer irgendwo für brauchen. So in Not gibt man es den Kids, die haben da noch eine Menge Spaß mit. Gucken wir uns mal die Bauanleitung an. 624 Teile, ab sechs Jahre. Designed in Germany. Hatten wir ja gerade schon einen Witz auf Kosten dieser Tatsache. Bauanleitung ist ordentlich gedruckt. Das, was gerade gebaut wird, einmal zum Zusammensuchen und dann hier rot umrendert. So, dass es relativ einfach fällt zu sehen, was wohin muss. Insgesamt haben wir hier 13, 14 Seiten, auf denen gebaut wird. Also überschaubar. Insgesamt 50 Bauschritte. 624 Teile. Ja, da passiert schon ein bisschen was, Bauschritt. Also im Durchschnitt über 10 Teile. Und man sieht das auch hier. Die gehen zügig voran. Ich persönlich mag das. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er damit klarkommt oder nicht. Aber ich denke mal, das sind eigentlich lösbare Aufgaben. Ich werde jetzt mal hier unser Manneken zusammensetzen. Und dann geht es an den Bau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich drauf, weil das Gebäude hier, das wird so dann Eingang in meine Eisenbahnlandschaft finden. Kann ich euch ja dann gleich mal noch im Anschluss so ein bisschen zeigen. Da habe ich auch noch ein bisschen weiter gebaut in den letzten Tagen. Na ja, eins steht schon mal fest, so sonderlich farbtreu ist hier die Druckqualität der Anleitung leider nicht. Das hier soll Bluestark Grey sein. Ja, mit viel Fantasie. Und wenn man weiß, was es sein soll, dann hält man es halt nicht für irgendeinen Braunton. So, wir sind jetzt auf Seite 3 der Bauanleitung und sind jetzt schon so weit gekommen. Es geht hier gut voran, macht auch Spaß zu bauen, ist abwechslungsreich. Die hohe Teilezahl hier bei dem Set kommt aber hauptsächlich daher, dass wir hier ganz, ganz viel Einmalzweier verbauen. Es sind so viel Einmalzweier, dass die sogar in den verschiedensten Tüten drin sind. Also hier in den Tüten waren Einmalzweier drin, hier waren welche drin, hier waren welche drin. Da hätte man eigentlich gleich eine große Tüte nur mit Einmalzweiern machen können. Das hätte eigentlich rein packtechnisch wahrscheinlich auch keinen wirklichen Nachteil gegeben. Warum, wieso, weshalb, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Die Qualität der Stein ist, was die Klemmkraft angeht, bisher wirklich gut. Also da ist jetzt nichts bei gewesen, was mir unangenehm aufgefallen wäre. Was hingegen nicht so schön ist, sind hier einige der Transclear Einmal 1 Plates. Die sind wirklich hier Nikotin-Gelb. Also die sind nicht wirklich schön und da haben wir sowohl als auch. Also wir haben hier welche, die sind von der Farbe okay und wir haben hier welche, die säen wirklich aus, als wenn die fünf Jahre in einem starken Raucherhaushalt gestanden hätten. Warum die so unterschiedlich ausfallen, das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist wirklich, dass die aus verschiedenen Produktionsstätten oder aus verschiedenen Materialchargen kommen. Ja, Seite 7 haben wir durch. Damit haben wir Halbzeit hier, bergfest. So weit sind wir bisher gekommen. Das Einzige, was mich ein bisschen stutzig bisher macht, ist, dass das hier wirklich ohne Zusammenhang gebaut ist. Die komplette Fensterzeile hier, man sieht das auch hier, ist lose. Die hat keinerlei Verbindung zu den anderen Wänden. Das hätte ich anders gelöst und werde ich auch, wenn ich das hinterher umbaue, hier anders lösen. Ich werde eh die Einschusslöcher hinterher entfernen, die passen für mein Zombie-Szenario nicht so gut. Ich werde das gegen Steine austauschen, wo ich halt hinterher Grünzeug und so dran machen kann, dass das ein bisschen überwuchert aussieht. Aber ansonsten ist es wirklich cool gemacht. Auch hier das bisschen Etage, was hier noch drin ist. Hier die Decke, die eingezogene, finde ich ganz gut gelöst. Hier haben wir schon das Schräge, wo hinterher noch das Dach draufkommt. Man sieht es hier angedeutet. Hier sieht man es auch richtig. Das ist soweit auch schon durch. Also es macht Spaß zu bauen. Und wie schon gesagt, die Klemmkraft ist völlig in Ordnung. Die Qualität der Steine an sich, also hier sieht man zum Beispiel, das ist ein Einschluss im Stein. Also man kriegt es nicht abgeputzt. Auch hier. Also die sind nicht ganz, ganz sauber. Und man sieht auch, dass die Abstände, also die Maßhaltigkeit der Steine jetzt nicht so super ist. Finde ich allerdings hier für dieses Gebäude völlig passend. Das ist total in Ordnung, weil das das Ganze nochmal rottiger und nochmal kaputter erscheinen lässt. Das passt dafür wirklich gut. Was macht es zu bauen? Also man kann hier wirklich schön vor sich hin bauen. Und bis auf diese Farbabweichung hier bei dem Dunkelgrau, was einem immer so ein bisschen halt, ja, ich sag mal, zum Raten veranlasst. Ob man jetzt gerade hier das Dark Ten oder das Dunkelgrau verbaut, ist die Bauanleitung auch gut verständlich. Also es macht Sinn das Ganze. Ist ein schönes Set. Das ist jetzt ein bisschen schräg hier. Wenn ihr hier seht, wir haben ja jetzt hier zwei Fensterrahmen aufeinander. Und die sollten zusammen eigentlich die Höhe von vier Bricks haben. Haben sie aber nicht. Sind einen Tucken höher. Deswegen passt hier oben der 1x6er nicht richtig bündig drauf. Und dadurch verzieht sich das Ganze ein bisschen. Das ist hier in dem Bereich auch. Da fällt es aber halt nicht so auf, weil es hier nicht angebunden ist. Und hier im unteren Bereich ist es auch nicht aufgefallen, weil wir es ja nach oben durchgebaut haben. Aber die Fensterlaibungen hier, die passen nicht hundertprozentig hier in das System rein. Die sind einen ganz kleinen Tucken, weiß ich, ein halbes Millimeter oder noch nicht mal ein Viertel Millimeter, sind die zu hoch. Wir sind jetzt hier auf Seite 11 und haben die Bausubstanz, die ja jetzt ja nicht mehr so rosig ist. Also ich würde mal sagen, der Quadratmeterbereich ist bei diesem Haus hier, wird nicht mehr der Knaller sein. Haben wir die fertig. Und ja, man sieht halt hier wirklich, dass die Passgenauigkeit der Steine untereinander teilweise... Ich würde es mal so sagen, als Teilespender ist das Set vielleicht jetzt nicht so der Knaller. Wobei die meisten Spaltmaße hier wirklich durch die Fenster, glaube ich, kommen. Aber auch so. Also hier sieht man es, hier ist es besser. Ja, kann man, muss man nicht. Also habe ich schon besser gesehen bei verschiedensten Chinasteinen. Aber hierfür ist es völlig in Ordnung. Ich bin mal gespannt. Ich werde berichten. Ich werde das hier modifizieren und umbauen für meine Eisenbahnlandschaft. Ob sich das dadurch dann hinterher irgendwie legt. Die Fenster werde ich dementsprechend dann auch mal spaßeshalber gegen andere austauschen, um zu gucken, ob sich das dadurch verbessert. Aber jetzt bauen wir es erstmal weiter. Jetzt gehen wir hier zu den Dachdeckerarbeiten über. Ja, hier ist die Bauanleitung jetzt, ich möchte mal sagen, ein Stück weit unpräzise. Wir haben hier halt unsere Teile, die wir zusammensuchen sollen und das soll da hinterher raus werden. Gut, wenn man schon öfter mal was gebaut hat, dann kann man sich hinterher denken, dass das, was wir hier sehen, das hier ist. Aber da muss man erstmal hinterkommen. Also da wäre vielleicht doch ein Bauschritt mehr eine ganz nette Sache gewesen. Gut, dann haben wir es fertig hier. Unser Haus, unsere 1826 9007. Da haben wir unser Manneken. Ist übrigens wirklich vom ganzen Stil her ein Kogomännchen. Lego hat die ja bei mir angemahnt. Ich würde ja sagen, wenn überhaupt dürfte Playmobil sich beschweren, dass die zu nah an dem Playmobilmännchen dran sein könnten. Lego sehe ich da jetzt eigentlich eher weniger. Aber nur gut, anderes Thema. Ja, also ich finde das Haus an sich wirklich sehr gelungen. Es hat ein paar Schwächen. Also hier die Dachaufhängung hier oben ist wirklich nur über zwei Noppen von dem großen Stein hier gesichert und stützt sich hier ein bisschen auf. Aber gut, das ist ja jetzt auch eher weniger ein Spielset. Klar kann man das auch zum Spielen nehmen, aber es ist ja eigentlich mehr so ein Displayset. Die Dachgestaltung mit den Fliesen, also hier erstmal die Fliesen selber, die sehen definitiv aus, als hätten sie hier schon acht Jahre in der Spielkiste hinter sich. Sowohl hier als auch hier. Passt zu dem Set auch wieder ganz gut, wobei ich das schwarze Dach eigentlich nicht so schön finde. Ist was, wo ich gegebenenfalls auch nochmal selber nachbessern würde. Genau wie die Einschusslöcher, die werden bei mir wegkommen. Für mich ist das Set hier wirklich eine gute Grundlage, um weiterzubauen. Aber man kann es natürlich auch einfach so lassen und in ein Diorama reinstellen. Hier das Fallrohr mit den weißen Roundbricks in den einern. Ja, das wird bei mir auch nicht überleben. Das finde ich nicht so schön. Da hätte man einfach wirklich nur mit Stangen arbeiten können, wie das manche andere auch machen. Das hätte meiner Meinung nach besser ausgesehen. Die sind mir... Ja, das passt irgendwo nicht so richtig. Aber wie schon gesagt, das ist ja das Schöne an diesem Set. Ihr könnt hier jederzeit drangehen und Sachen ändern. An sich, die Idee finde ich gut. Es sieht toll aus. Es wird sich in einem Diorama sehr gut machen. Für eine Ruine ist es ein guter Teilespender. Für alles andere würde ich eher sagen, nein. Weil die Teilequalität nicht hundertprozentig konsistent ist. Man hat hier... Man sieht es ja hier. Also das ist nicht, dass ich das nicht richtig angedrückt habe. Untereinander passen da die Abstände nicht so hundertprozentig. Wobei ich wirklich glaube, dass das zum größten Teil von dem Fensterrahmen kommt. Ich werde das beim Umbau dann mal schauen, was man da besser machen kann. Ansonsten ein bisschen mehr Verbund würde das Ganze wahrscheinlich stabiler machen. Man könnte hier wahrscheinlich auch irgendwie noch was stützend reinbauen. Aber das bleibt ja jedem selber überlassen, wenn man das Ganze hier noch ein bisschen modifizieren möchte. Man kann auch hier die Zwischendecke vielleicht hier noch ein bisschen erweitern. Dass man hier oben drauf auch noch ein bisschen was bauen kann. Aber wie schon gesagt, da müsst ihr schauen, was habt ihr zu Hause noch in euren Ersatzsteilkästen. Was habt ihr noch, was möchtet ihr erweitern, was möchtet ihr überhaupt darstellen mit dem Gebäude. Als Grundlage ist das Ding hier top, vor allem für den Preis. Wir haben hier 624 Teile für 20 Euro. Da verzeiht man dann auch mal, jedenfalls ich, dass das hier nicht so hundertprozentig passt. Ansonsten sind hier die Käse-Ecken in Grau, die Käse-Ecken in dem Dark-Ten, hier diese Gemäuer-Optik-Steine und so. Da sind eine Menge Sachen bei, die man wirklich gut brauchen kann, um irgendwas anderes zu bauen. Die 16x16 Platten sowieso haben sich mittlerweile auch relativ gerade gezogen. So ein bisschen sieht man hier, ja. Aber wenn man die jetzt irgendwo anders wieder rum drauf baut, wird das trotzdem halten. Ich schnappe mir das Ganze jetzt mal und stelle es mal hier in meine Bahnlandschaft rein, dass man schon mal so ein ungefähres Gefühl dafür kriegen kann, wie das Ganze aussieht. Aber erst mal noch mal so kleine, kleine Anregung. Ja, jetzt, wir haben ja erst mal, fangen wir anders an. Erst mal haben wir ja hier unsere Soldaten. Da sieht das Ganze dann so aus. So, und dann haben wir hier unsere Zombies. Dann sieht das Ganze so aus. Und man hat natürlich auch noch andere dystopische Möglichkeiten. Ja, Aufstand der Maschinen. Denn auch da wird die Häusersubstanz wahrscheinlich nicht die allerbeste bleiben. So, und jetzt einmal rüber zur Eisenbahnplatte und dann gucken wir mal, wie es da drauf aussieht. Ja, jetzt habe ich hier mal so grob reingestellt und das passt hier ganz gut rein, würde ich sagen. Na, soweit bin ich jetzt übrigens. Die Straßen sind schon ein Stück weiter. Ich habe auch die ersten Autos, die jetzt hier verrottet, in der Gegend rumstehen. Ich habe hier den Diner von Megakonstrux noch ein bisschen ausgebaut. Hier geht es ein bisschen weiter. Hier die ersten Grenzbefestigungen. Also es geht voran bei dem Projekt. Und wie schon gesagt, ich muss mal schauen, ob ich es da stehen lasse oder nicht. Aber es wird da schon ganz gut hinpassen. Vielleicht auch noch eine ähnliche Fassade dann im Hintergrund, um die Wände da ein bisschen voll zu kriegen, dass man da nicht mehr so aufs Weiße guckt. Muss ich mal gucken. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig schlüssig, wie ich das dann hinterher ausbaue. Aber im Großen und Ganzen denke ich, passt das gut. Zu dem Set selber nochmal. Gefehlt hat nichts. Es ist ein bisschen was übergeblieben, aber nicht wirklich viel. Vier, fünf Teile waren es. Und die Qualität der Steine ist für sich okay. Fliesen ziemlich verkratzt. Ich habe es euch gezeigt. Die Fensterrahmen, die passen nicht richtig. Und dadurch ergeben sich halt hier diese ganzen Verschiebungen. Ich schiebe es jetzt mal da drauf. Wir haben mehrere Steine, die Einschlüsse drin haben. Also die sind jetzt nicht von super guter, super klasse Güte. Aber für den Preis muss man natürlich auch sagen, 624 Euro hier. 624 Euro. 624 Teile für 20 Euro. Das ist okay. Also ich habe, ich tue mich schwer, da was Schlechtes zuzusagen. Wenn es teurer wäre, ja gar keine Frage. 30 Euro, dann wird es schon grenzwertig. Aber für den Preis tippitoppi und aussehen tut es gut. Und es ist halt eine gute Grundlage für andere Sachen, die man da mitmachen kann. Die Tür könnte man vielleicht noch ein bisschen liebevoller gestalten. Kostet natürlich wieder Teile. Aber sie ist halt wirklich eine gute Grundlage, um darauf ausbauend dann hinterher was anderes zu machen. Ich muss jetzt mal schauen, wo ich das Ganze hier hinterher wirklich fest hinpacke. Aber das ist hinterher für ein anderes Video, wenn es hier dran weitergeht. Das wird aber wahrscheinlich erst nach dem Sommerurlaub sein. Irgendwann so Mitte August, denke ich mal, geht es hier dann mit einem neuen Video zu dem hier weiter. Ja, das war es hier von meiner Stelle. Ich hoffe, ihr hattet nochmal wieder ein bisschen Spaß, hier mir bei zuzuschauen. Für diejenigen, die an dem Set Interesse haben. Ich weiß nicht, wie viel wir noch davon haben. Das wird relativ schnell weg sein, die Bestände, die wir noch haben. Und ich glaube, bei Modbrick selber sind sie auch mittlerweile ausverkauft. Aber so wie ich das verstanden habe, werden die nachbestellt und werden dann eben von dem Herbst auch wieder lieferbar sein. Ansonsten wünsche ich euch jetzt hier eine schöne Zeit. Viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Wir hören und sehen uns. Habt einen schönen Sommer. Bis bald. Tschüss.